Servus bei Let's Play South Park, der Stab der Wahrheit. Ja, und wir sind unterwegs und haben Jesus gefunden. Hurra! Jesus, Jesus, du bist echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Elfen. Elfen. Ja! Verdammt. Verdammt. Ah, shit. Verdammt. Ähm, Moment einmal. Nein, 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 nein. Fähigkeiten. Wir. Wir werden jetzt da mal Ramp holen. Komm her. Oh, yeah, baby. Eine herrlende Berührung von Badass. Fähigkeit. Hammer der Stürme. Okay. Okay, das war's dann auch schon wieder. Was, zu spät? Ah, ich hab mich, ich hab falsch gedrückt. Angel. Sieg. Und was bekommen wir? Geld. Helltrank. Helltrank braucht es ein einziger, nicht? Okay, wo war Pater Maxi? Ach, als Mal. Ah, der müsste eigentlich hier gewesen sein. Jawohl. Bin der Jesus noch einmal gewollt? Wollt er mich verarschen? Also, zurück in die Kirche. Also, zurück in die Kirche. Ist das eicher Ernst? Boah, ich weiß nicht, wo ist Jesus? Jesus, bist du hier? Bist du hier drin? Entschuldigung. Ich weiß ja. Jesus ist in unseren Herzen. Oder da. Du hast Jesus gefunden. Bei neuen Freundschaften und einem Rosenkranz. Wir können Jesus herbeirufen. Was will Pater Maxi? Du hast zwei neue Freunde. Jesus und Priester Maxi. Mr. Kim, wenn du meine Hilfe brauchst, ruf mich. Ich werde über deine Feinde kommen wie Smog über Shanghai. Ich bin froh, dass du Gott gefunden hast, mein Sohn. Aber sei immer wachsam, denn er kann in Zeiten der Not an den ungewöhnlichsten Orten gefunden werden. Ich habe ihn mal in meinem Kamin gefunden. Will ich so genau wissen? Nein, will ich nicht. Äh, nein. Das ist nicht so. Karte, nein. Karte? So, Karte. So ist Karte. Da müsste ich irgendwie, glaube ich, ein Mannbärschwein den so anbringen. Was ist da? Ah, das ist Pepperspray. Okay, was ist hier? Das sollte ich auch noch machen. Hier war man schon überall. Und da unten muss ich auch noch. Okay. Also. Wenn wir schon auf dem Weg sind. Ähm, hallo? Äh, ich bleibe immer hängen. Was war hier? Ah, hier. Schweinebemanns sind so ein... Oder Mannbärschwein. Ja, geschafft. Okay. Craig ist so heiß. Like, er einfach... Craig ist im Arsch. Warte mal. War das Craig, der entfernt wurde von Raum und Zeit? Also, da komme ich noch nicht hin. So, jetzt müsste ich mal nachsehen kurz. Wo war dieser... Müsste da sein, oder? Ich glaube, das war hier. Ja. Hallo. Ich habe was gefunden. The Galaxy is in your debt. Let it be known that I have been and will always be your friend. On Facebook. A rakete der verlangsame Waffe. Dann schauen wir ja gleich einmal, oder? Ah, das ist eine Level-4-Waffe. So, bekomme ich eigentlich jetzt dann schon langsam mal... Wie war das? Fähigkeiten, oder was? Fähigkeiten. Warte mal. Nächster Bonuspunkt, den einen. Ah, ich glaube, das kriege ich mit einem neuen Level. Und das kriege ich ein neuer Freund. Dann kann ich wieder mal... Nein, ein neuer Freund. Das werden wir schaffen. Ich weiß noch nicht wie, aber wir werden schaffen. Aber zuerst einmal... Hier lang. Neue Nachricht von Jesus. Als Ball. So, eine neue Nachricht von Jesus. Ich komme immer noch nicht zusammen. Ne, hilft mir gar nichts. Leute, euer Herz ist der erste Ort, an dem jeder schauen wird. Ich werde mich dort nicht verstecken. Vertraut mir, okay? Hier schon? Hier schon? Hey, you're getting popular. I need to get in on that. Vorteil verfügbar. Na bitte, geht doch. Fähigkeiten. Ein neuer Vorteil. Also, was haben wir denn da? Wiederbelebungstränke. Bringt meistens nichts. Bewirkt mehr Schaden bei betäubten Zielen. Das ist gut. Debuffs. Erster Kampf. Bewirkt mehr Feinden. Nein. Nein. Sehr männliches Niesen. Die Verwendung lässt den Angriff an der Wörter mehr Schaden bewirken. Bewütenden Feinden. Na, mach mal mal Fernwaffe. Sicher ist sicher. Mann, wie viele Freunde kann ich dann finden? Hattest du damit vergessen zum Nachschauen? Die nächsten 10. So. Muss ich schauen, wo er ich da schon? Kommt mir nicht bekannt vor. Oh ja, mein Haus. Okay. Stans Haus, Cutmans Haus. Das heißt, ich muss in die Richtung, muss ich auf jeden Fall weiter. Also nach. Unseren Häuschen. Das ist unser Häuschen. Keine Buster. Ach, halt die Klappe, Butters. Wir wollen uns noch umsehen. Nicht alles zerstören. Ja, halt die Klappe. Ja, halt die Klappe. Ähm. I'm using Stealth. You can't see me. Ciao. Ciao. Was los? Ciao. Stans Haus. Und Randy sitzt hier. Sharon, there's a mess in the living room. Well, this is Stans Haus, but he isn't here right now. Oh! Hey guys, grab a beer and join me for SportsCenter. Stans out playing that game too. I wanted to come, but he wouldn't let me, so I'm drinking beer instead. Hey guys, grab a beer and join me for SportsCenter. Okay, ich geh mal in die Küche und hol mir ein Bier. Ja. Gehört dazu. Gesundheitstrank groß, nicht schlecht. Das haben wir hier. Voila. Ein Flötenspieler. Tempotrank. Voll. Okay. Ich sollte mal unbedingt Tempotränke, aber... Ähm. Was bringt's mir grad? Nicht viel. So, gucken wir mal darin. Hallo. Die Kacka, die... Was? Das ist ein Casterball. Was war denn das? Das ist ein Casterball. Das ist ein Dancehaus. Ah, das ist ein Dancezimmer. Entschuldigung. Wow. So, Schatz, Dancezimmer aus. I'm never coming out. Nein. I'm never coming out. I'm never coming out. I'm never coming out. Tom Cruise. Komm aus dem Schrank raus. I'm never coming out. Wo kommst du nicht... Du kommst nicht was? I'm never coming out. Komm raus. 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 Hehehehe. Wie gefällt mir das? Eine Unterhose. I'm sure he'd kill you. I don't know what if you just asked. Hehehehe. So, sind wir hier noch Ferders. Schade. Ich kann leider nichts sehen. Oh. Die Gitarre von der Folge mit der Gitarre. Die Gitarre von der Folge mit der Gitarre. Ich weiß. Entschuldigung, aber... Ich weiß nicht, wie ich es sonst... Dieses Gitarrenspiel war das. Bild von Wendy. Oh. Stands Schmutzbad. Ja. Sparky's Leine. Oh, Sparky. Können wir das auch machen? Stand.Armband. Sagt mir jetzt dann nichts. Gothic Horror Board Game? Sagt mir jetzt auch persönlich nichts. Das Auto schon. Das war die eine kranke Folge. Yeah. Der gefällt mir. Sogar mit einem Arm drinnen. Hm. Aber viel nicht. Die eine Folge mit den Aliens war das. Die war cool. Wo kam eine Gamesphere? Ich hab ganz vergessen. Deine Schwester. Oh, hallo. Ah ja, genau. Da war einmal... Das haben wir eh schon was gefunden. Oh, Cherokee-Tamper. Das haben wir eh schon gefunden gehabt. Die eine Folge. Ah, das eine Bild. Mit mir. Randy. Alter Schwamm. Rostiges Rohr. Ich glaube, ich kack's denen einmal in die Schüssel. Ein Klumpen Scheiße. Und jetzt erstmal duschen gehen. Ah. Batters. Ähm. Batters. Beobachtest du mich beim Duschen? Lass das bitte. Batters. Geh mal lieber. Und die Dusche lassen wir natürlich an. Ist ja nicht unser Zuhause. Ist ja nicht unser Wasser. Okay. Stens aus. Schnauze. Schnauze. Okay. Ah. Die Garage. Oh, Moment. Bing, 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 bing. Was haben wir denn hier? Feines, 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 feines. Oh, eine Truhe. Warum finde ich jetzt lauter auf Level 4 Gegenstände? Hä? Oh. Der Vater von Kyle. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Wie heißt er? Willkommen in der Nähe. Willkommen in der Nähe. Brostkowsk- 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 Ich kann das ja da aussprechen. Ich komme da nicht rein. So ein Scheiß. Natürlich dauert nicht. Unbesiegbar, huh? Warte mal. Entschuldigung. War notwendig. Ja. Engine Pokémon. Oh. So. Hallo, lieber. Wir rambolen einmal. Au. Okay. Better summer. Nein. Die sehen wir. Hammer der Schirme. Okay. Nein, ich muss zuerst mit dem. Was ist los? Ah. Aber jetzt. Knochenbrecher. Seh auf. Sieh dir diesen Ball an. Ist dieser Ball nicht einfach wunderschön? Ah. 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 Und das war's. Na. Geld hält dran. Was haben wir hier? Komm her. Woll. Oh. Ich glaube hier wohnt Kenne. Ja, Kenne's Haus. Passt. Ja, meine Lieben. Das war's einmal für diese Folge. Wir sind jetzt bei Kenne's Haus angelangt. Tja, und das bedeutet, wir müssen, glaube ich, dann irgendwo da rein. Wir werden uns dann, ich gehe nicht so weit. Wir werden uns in der nächsten Folge hier umsehen und irgendwas müssen wir, glaube ich, hier für Tweet machen. Irgendein Paket abholen oder irgendetwas. Als Mal, Papas. Ja, was wir hier erleben werden, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht und freue mich schon sehr darauf, denn ich finde das Spiel immer noch saugeil. Ja, ich sage einmal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss mit dir. Ciao Männer. Servus. Mit Fulifra. Du sagst, ihr real name? The Stick of Truth has been stolen. They took Princess Kini. Don't let them rape Princess Kini. He's a new kid? New kid? New kid. The new kid has a power we have yet to understand. Step forward now and fulfill your de-de-de... And fulfill your de-de-de... Your de-de... You have some incredible ability to make friends quickly, new kid. I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors. Howdy-ho! Jesus Christ! You think he's the Dragonborn? Prophecy says the Dragonborn will be the one to unite us all. It's a trap! You're playing for the wrong side, dude. Defenders of Freedom! Tonight, reunite as one! This is here, new kid. Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. You're dead. You're dead, baby. Step forward now and fulfill your...